Ich vermisse den Mana-Poschen. Ist das nicht mehr? Nein. Okay. Lass uns eine Schweigeminute für den Mana-Poschen. Nein. Doch! Nein. Oh Mann! Eine Schweigeminute ab jetzt. Scherze auf der Mana-Poschen. Kann man irgendwann den Baron eigentlich mal Solo legen? Welchen Baron? Baron. Achso. Das ist Harrod. Gar nicht den Baron, Harrod. Oh Mann ey. Lass mal deine Ulti nehmen bitte, Schatz. Mach einfach mal. Ja, mach einfach mal. Ja, mach einfach mal. Oh, Schatz, ich liebe dich so sehr, ne? Help. Some help, please. Wait. Da da unten. Okay. Das war schiffff. Ja, das war schiffff. Das war schiffff. Ja. Ja, das war schiffff. Ja. Ja, das war schiffff. gamer, das war nicht los. sozial, ne? Nicht Roten. Nein, sogar ist Mittelwächser. Hau ab, hau ab, hau ab. Glaubt ihr, man kriegt den Dragon alleine hin? Ja, du bekommst den Dragon alleine hin. Nee, versuch's lieber nicht. Doch, klar, schafft der. Zweit, Attack Speed. Danke. Ups, wir haben ihn gesch... Ups, haben ihn aus Versehen angegriffen, sorry. Genau so, wie du aus Versehen... Das war ja auch aus Versehen. Fünfte, da haben wir jetzt einen Randy. Wir haben jetzt einen Randy. Ich hoffe, das ist kein Kurde. Ey, ich hab voll das schöne Feuerzeug, da kommt der Türken-Kurden-Hass. Rude, ey, ich soll er dir. Ich muss pipi. Dann geh. Immer diese Amelie-Action, immer in-game. Ich muss pipi! Und das wird dann immer alles zu meinen, wenn das Spiel beginnt. Ja, ja. Ja, ich weiß, dass man's mit O schreibt normalerweise. Nein, man schreibt nicht Kurde. Ich schreib nur mal Kurde. Ja, ja. Weißt du? Okay, ich komm mal ins Kekse. Wolltest du nicht auf die Lette gehen? Ähm, Amelie ist nicht da, ne? Ja, komm jetzt, jetzt nimmt Amelie auch noch nicht an. Ey, das ist so assi. Ja, echt mal Amelie, das ist so assi. Also, ich hab irgendwie voll Hunger auf Chirapcici. Glaub ich, glaube ich muss immer den Mist schlagen. Ja. Ja. Also, irgendwie hab ich so Bock auf Chirapcici mit Kartoffelbrei, ne? Ja, aber ich hab voll Hunger. Ja, ich hab einen türkischen Namen bekommen. Ja, aber... Ach, das war Spaß, richtig. Du bist mir leid, dass du den schlimmsten deutschen Namen bekommen hast, den man bekommen kann. Ja, das stimmt wohl. Der schlimmste deutsche Name ist Analfried, ja? Ich glaube, Kevin ist wirklich schon eine Bestrafung. Also, Kevin ist Bestrafung genug. Ja. Ja. Ach, Jimmy halt's Maul. Ja, wenn du jetzt da mitkommst. Ich sehe süß aus. Ich auch. Ich auch. Denn ich habe einen fetten Kogo über meinem Kopf, der sich jetzt raufblickt. Mach dann nicht immer Tschut-Tschut und dann ist sie voll schnell. Ja. Hast du den Skid nicht mal von mir geschenkt bekommen? Ja, deswegen mag ich ihn auch so gerne. Wir holen uns Uri. Ne, wir holen uns den Shake, der hier langläuft. Oh. 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 Ah! Also, Oreo ist da. Das ist Shaco mitten in der ... Ah! Hi. Ich bin Lolo. Du stirbst 3, 2, 1 ... Wir sind dann weggegangen. Haben wir so vielleicht schon Blue gemacht? Pika Pika! Das ist schi- äh, das ist schi- Okay, das wird so die Fritze